so ich dachte ich mach mal ein kleines video für den wie extrem der unterschied ist von einem gedämmten raum zu einem umgedämmten raum also wir sind hier in einem wirklich gedämmten raum und jetzt gehen wir mal rüber in den raum der dieselbe größe hat der ungedämmt ist also wir haben das gerade eben alle gehört wie sich meine stimme auch verändert hat hoffentlich jetzt gehen wir in genau den gleichen raum der ungedämmt ist ich glaube der unterschied ist doch ziemlich deutlich wenn ich hier nun mal an die tür klopfe wenn ich schnipse und hier ist sogar ein bisschen was drin so jetzt gehen wir wieder in den anderen raum und machen noch mal das gleiche da kann ich nicht irgendwo gegen klopfen weil es weich ist aber ich dachte das ist mal ganz interessant wir sind wieder zurück ist das schön hier drin jetzt schnipse ich wieder ich glaube der unterschied sollte klar sein wie gesagt beide räume sind ungefähr gleich groß dämmt eure clubs und sonstige sachen sonst klingt schlecht also jetzt finden wir wieder zurück durch die türkisch geschehen aber so richtig als die türkische sachen sonstige sachen sonstige sachen sonstige sachen sonstige sachen sonstige sachen Vielen Dank.